In den nächsten Mal Kaju wusste ob er Adolf Hitler dicken sollte Gleich eins aufs M afecte Blut Guten Morgen Dvalsar Hast du Lust einer Runde zu sterben? Hahahaha Hahahaha Papi lässt mich sterben Oh nein, der Recker hat geklingelt Ich komme nicht zu spät zur Arbeit Caillou, gehst du schon mal runter und penetrier Gilbert? Ich werde Rosie Sofragel Gilbert, du fettes Rindvieh Warte auf mich Jich Du feinste Mann Du feinste Mann Hahahaha Ich hab es eilig, also Schön hier das vergiftete Müsli auffressen, damit wir dich endlich loswerden Danach hat unser Leben endlich wieder einen Sinn, du ausgekackter Unfall Caillou fand es überhaupt nicht lustig, dass Dass seine scheiß pädophile geistig behinderte unterentwickelte Diebile Schwester diesen Scheiß zum 100.000 Mal überlebt hat Hahahaha, Papi Oh und schon! Hahahaha Den Hintern nach dem Scheißen abwischen, du musst Dein Arsch ist so unglaublich fett, dass die Leute auf der Straße vor Schräg ausstoßen Oh Kacke, ist das ein verfluchter Arsch Toll, dann könnt ihr euch jetzt Alle selbst ertränken, weil ihr nie was zunutzt seid, ihr kleinen verfickten Drecksdurchfälle von Kindern Warum zur verfickten Hölle bin ich noch am Leben Caillou Warum zum Neandertaler hast du Geburtsfehler Nummer 2 noch hässlicher als sonst gemacht? Schon vorher konnte man diesem verkrüppelten Haufen Restmüll kaum in die Augen sehen Diese Hässlichkeit ist sogar auf Bibis Niveau noch hässlicher als dein verschissener Vater Naja, ich wollte, dass Rosi so hübsch aussieht wie du Digga, willst du mich verarschen? Wegen dieser Hässlichkeit hab ich Eds und Augenkrebs bekommen Papi, ich stecke Fiss! Papi, ich stecke Fiss! Papi, ich stecke Fiss! Papi, ich stecke Fiss! Au! Sag mal wie blöd bist du eigentlich? Caillou konnte diese wilde Hetzerei vertragen und hatte sich gewünscht ein Strick um seinen verfickten Hals zu haben Irgendwann später Ende Ende